aber wir machen erst mal lucky lucky auslaufende verträge was ist denn so schönes da weniger als ein jahr der mama 3 erstmal und mama alles guck mal was kommt ist gar nicht mal so viel reto ziegler habe ich nur bis 70 eingestellt wir kriegen tatsächlich nur bis stärke 70 gar nicht mal so viel aber hier sind ein paar für den zweiten eventuell theo mit drei sterne für den zweiten mannschaft eventuell chat paar junge leute ich sag mal bis bjarne pudel bis bjarne pudel können wir können wir gucken frage ist welche position bräuchten wir da irgendwo ne wir haben jetzt hier zwei zdms ich glaube aber ich wäre er bei pudel weil der hat noch iv kann aber die kommen ja erst nächste saison da dürfte nicht vergessen die kommen erst für nächste saison hier haben wir den ersten zurück mit kessler der kann easy eine zweiten zocken mit drei sterne da passt dann ist der bruder sogar ja guck mal dann ist auch perfekt dann freut er sich hat den nehmen auf jeden fall wieder mit aber ansonsten dann hält sich in grenzen jetzt ich bin ehrlich zu euch da ist nicht so viel immer wir bräuchten für den zweiten halt auch irgendwie noch ein stürmer noch mal totti versuchen weil ich will den wenn drei jahre haben chat wenn dann will ich den drei jahre haben zwei jahre bringt uns einfach nichts jetzt ist halt die frage was wir machen für dings weil das ist hier schon für den zweiten zu alt und bringt uns hat in der ersten mannschaft hat hier dann hat er der vertrag ja wie den nehmt mit jungs deutsches talent ist immer gut ich glaube ich nehme den mit noch chat bei kämpfer geht halt überall gewinnt belle ist gut ja eigentlich schon das ist halt kacke wenn die nur eine position können pudel 18 kurz sie pudel kurz sie pudel pudel kurz sie pudel den jüngeren pudel wegen name kurz sie kurz sie kurz sie pudel kurz sie pudel können wir uns beide leisten das werden wir sehen anhand der verträge wenn die beide wenn beide verträge im raum von 50.000 spielen dann geht's na die umfrage ist gefühlt 51 49 ich probiere das die beiden und dann passt das wir müssen halt auch irgendwie so ein bisschen dings reinkriegen ne so struktur auch in der zweiten mannschaft dass wir da elf leute haben und nicht die ganze zeit da immer die jugend hochgeschallert werden muss mit dem augenmerk halt weil wir infrastruktur weiter pushen müssen da kommen wir nicht drum rum da wird einiges geld für flirten gehen aber so passt es für mich maximilian holen wir jetzt sofort zurück die vier zur neuen saison der war ein spieler von uns den holen wir uns jetzt einfach nur zurück sein bruder spielt bei uns in der ersten mannschaft wir werden auch nächste saison nicht wieder großartig geld ausgeben können gleich ich glaube egal ob aufstieg oder nicht aber damit können wir auf jeden fall schon mal rangieren das passt plus 17 prozent schätzt sollen wir rausholen 17 prozent ist eine menge die 17 prozent mitnehmen test ganz gut wir sind dritter 1006 verkaufen so wir haben 100.000 wo sollen wir reingehen wie viel da ist dortmund erster ich gehe noch mal ein letztes mal ein letztes mal in die dortmund aktie wenn die mich jetzt wieder dann gehe ich da nie wieder rein ich gucke mal was wir da müsste ja relativ zügig gehen ich gucke mal was wir dann auf der uhr haben wie viel kohle schade wird dort wohl kein meister ja guck mal das sieht doch schon mal vernünftig aus hier ich will dich mindestens mindestens drei jahre zwei jahres verträge werde ich nicht mehr abschließen außer es geht nicht anders bei denen können wir glaube ich so ein bisschen dribbeln zack zack vier das kommt weg das kommt weg können wir hier noch ein bisschen runter machen wir ergänzung spieler machen wir dazu sind wir unter 50.000 wir haben den effektiv vier jahre dann kriegt die sechs prozent das ist jetzt kein beinbruch nummer eins du bist stamm spieler zu lack gesoffen hier oder was was für stamm spieler kannst du vergessen gib es nicht unterschreibst jetzt das was ich dir hier vorlegt sechs prozent so da sind wir doch da habe ich kein geld für haben wir 37 können wir noch vier jahre sogar machen eingetütet wobei den können wir auch hoch schrauben zack 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 vier zu null den werden wir eh nicht mehr abgeben der bleibt bei uns machen wir 100 ligaspiel kommt raus und so zack sind wir nun war auch zurück maximilian stimmt dein gehalt 10.000 im monat teamwork fitness rein let's go gibt max noch mehr geld aber die bei uns schon nichts wichtig ist erstmal dass die jetzt unterschreiben wir dabei ja in trockene tücher haben noch ein bisschen wenig 10.000 ist wenig aber du wirst du hast unterschrieben etwas akzeptiert 10 hast akzeptiert so da haben wir wieder zurückgeholt nummer 10 sehe ich dich nicht sag mal eine zahl sag mal eine zahl hat die 7 oder 37 37 die sieben die musst du dir verdienen sag ich ehrlich ich gebe dir die 37 die sieben musst du dir verdienen serkan korkmaz nein p dude ist da kessler kommt auch zurück martens kommt die kommen alle er noch nicht aber ansonsten sind alle da eigentlich bin ich stürmer hängende spitze kannst du dich damit arrangieren hinter den spitzen weil stürmer werde ich dich nicht hinkriegen glaube ich bist du bei 85 prozent ich kann es versuchen ich kann probieren hängende spitze wird schneller gehen ich glaube da bist du da bist bei 90 prozent fünf prozent ich schon lange hängende spitze dann bist du wieder back im business aufgaben sind sortiert und wir sind auf platz eins die leute 67 schon wir brauchen 400.000 für usufu die müssen wir ziehen als die die müssen wir ziehen chat 400.000 haben wir eine position die hier wo der hat sie gut gemacht ne 66 wir haben eigentlich keine position wo wir zwingend was machen müssten rv wir haben der deckers geht ne aber können wir da nicht nächste saison was machen ist die frage guck mal der hat sie auch gut gemacht hier auch schon auf der 57 da bringt ihr das talent auch nix wenn der hier nicht zu potte kommt gröger auch mal nicht verletzt ja das stimmt aber der war diese saison auch schon wieder keine ahnung wie auch verletzt aber jetzt gerade fladern lauf die hätte gern z m ganz jungen z m der kann auch gerne 54 oder was das ist egal aber irgendjemand der da zocken könnte mal 69 z m waren auch noch mal ein stern weniger und jung 22 guck mal hier fabio schneider 21 werden drei jahre für entwickeln nicht viel ne der ist halt eigentlich z dm weniger als ein jahr aus für leier meinst du da kommt auch nicht mehr ach boah ich habe falsch gemacht moment sorry sorry aber viel mehr ist dann auch nicht ne nick locker man hier hätten wir 18 jährigen der drei volle hat und gabriel pellegrino der hat aber nur dreieinhalb aber 19 der kann kriegen aber der ist verletzungsanfällig verletzungsanfällig ist es nicht geil dann wäre ich eher bei pellegrino maybe können wir den leihen mit kaufoption ein können wir nicht ne können wir nicht holen chat keine chance keine chance wo spielt van der vart aspiensen ist da gar nicht wo soll er zocken bei bayern bin ich bayern 2 zeichnen jan und torbenrein torbenrein als laie schade wenn jeder spieler zweitmannschaft jugend wat denn nun soll er sein hier die bratwurst jonathan mein ich habe nur nach asp man kann mir die leisten alter er hat kein bock er hat kein bock chat mbappé kriegen wir auch nicht chat ich glaube da ist das präzise einfach nicht gut genug probieren wir probieren wir ich glaube entscheidend wird schon ob totti kommt sie fühlen eine neue entspannungstechnik zum aschestehen was sie schnell bemerkt man alle spieler gewinnen frische punkte ja chillig aussiemen nach psg karlwalt lewin nach neapel und olmo weg von leipzig 20 millionen wahrscheinlich vertrag ausgelaufen ne everkusen holt klerk und gottfried nach mainz privatverwürgen minus wegen aktien wir haben scheiße gemacht also dort noch mal zusehen hat die meister werden und schimmelziek holen torti bleibt bei seinem verein der von dortmund kommt torti bleibt bei seinem verein so das haben wir ausgebaut freundschaftsspiel was wir halt gucken könnten wir noch mal das gleiche als stürmer eingeben chat erinnert euch bitte daran wie gut der war als wir den bei schalke hatten what the fuck alter der vier volle sterne gehabt anna salawi den würden wir mit kaufoption kriegen der ist 17 chat ne kevin auch 17 da wäre die zukunft aber der soll ja in der zweiten gehen kauf bei prezi 80 ja konstanz wird es auch schon stabil für das alter das stimmt zu teuer für zwei chat wir zahlen 8000 gehalt 8.000 gehalt zwei jahresleie ich stelle dinge nie auf 50 und meine kaufoption rein für 450 werden zwei jahre bezahlen 25.000 pro jahr eigentlich satten blinder deal so können wir den easy in den zweiten lassen erstmal weil er potenzial hat er alle male 450 werden wir hinkriegen wenn wir den haben wollen kriegen wir die sehen ich leide jetzt zumal er sofort da ist dann kann er nämlich vorne in der buchse ein hier bei islam ap müssen wir erst mal abwarten weil es ein falsches spiel für zweite mannschaft 500k ihr versteht hat nicht oder stellt ihr euch bewusst um ich leide diesen spieler jetzt aus der panik der geht in die zweite mannschaft aber mit fokus dass er in der ersten mannschaft spielt und wenn ich den dann für 400.000 kaufen kann wenn er 20 m marktwert hat dann guckt ja alle dumm so sieht es nämlich aus ne manni nehmen wir nicht runter wir nehmen nada runter wir nehmen kevin ohne mit der einzelnen pablo unter mit der 1 schabler ohne mit der 1 und wir ziehen hier ein bisschen rona ronaldinhos sohn chao mendes ist denn nicht irgendwie wie ist denn der sohn von ronaldinho den haben wir doch schon mal gehabt oder nicht wie wie hieß er ronaldinchen hieß er wir haben glaube ich den sohn von rivaldo gehabt meine ich harry koch hieß er genau rivaldinho rivaldinho hatten wir ja manni kommt rein tizian kommt und boboi für douglou rivaldinho hatten wir genau die verteidiger beide genetzt ne 9 0 10 0 schaffen wir irgendwie nicht so wie sieht es aus vorlage vorlage boboi tor bravo drei hütten krölek tor vorlage bau vorlage jindaui zwei tor eine vorlage pavlo tor touglou tor vorlage deckers vorlage team ist intakt so der ist da ist nämlich kommt nicht hatte keine lust 34 herzlich willkommen torriecher schusskraft kopfball prezi doch keine 80 nur 79 fernschüsse ballkontrolle stürmer muss aufgestellt werden in die reserve zweite mannschaft abstellung boom 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 guck mal nimmt das hier auch so ein bisschen form an latschko rv nächste saison wir müssen auch bedenken wir müssen die kaufoption hier noch ziehen das sind auch noch mal 400.000 plus ich würde gerne noch mal geld verschieben und infrastruktur weiter ausbauen infrastruktur ist gerade wichtiger weil team passt team steht und da euch lieber 100.000 in der infrastruktur wie jetzt in den neuen spieler das minus erstmal nicht weil wir haben ja noch ein bisschen spiele zu gehen da kann immer noch ein bisschen was kommen am budget so must mit doppelpack schön können wir nichts erzählen was verdient kevin krölek das kann nicht viel sein 5000 der muss angehoben werden kann ich den verlängern der hat noch zu lange scheiße erhöhen wir den mal hier ein bisschen hat gehalt wird doch wahrscheinlich auch unfaire geld haben oder kevin 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 der will nicht wer war da noch immer noch unfair sehr gut mehr geht nicht mehr geht nicht leipzig fünfter die können gar nichts unser manche letzte karriere 2,8 mit 17 ist der erst der war bei uns schon 24 hier steigen gute form so tizian 66 abfahrt vom hoch holt der denn jetzt schon wieder rum gehen wir rein ab in die rückrunde verliehenden keeper können wir nach dem spiel mal abchecken aber ich glaube nicht dass er spielt kommen gut in die rückrunde starten die sind letzter das sind doch die idee sind die trottel hier oder nicht kevin krölek die haben keine leute auf dem platz da muss jetzt ein bisschen was passieren so 40 in der erste halbzeit das ist scheiße zu wenig ist absolut zu wenig sind immer vor mit den rest würde ich sagen schieben wir erstmal durch oder wobei wir nehmen die note auch hier mit da muss ja ein selbstläufer werden ja eigentlich eigentlich ne eigentlich klar die haben sie aber gemacht ne erste spiel haben wir 9 0 gewonnen die haben sie ein bisschen verbessert eigentlich jetzt höher gewinnen müssen eigentlich zu wenig aber wir werden uns nicht beschweren weil leipzig unentschieden leipzig sei schon chemnitz unentschieden gespielt hat drei vereine punkt gleich da oben aber die tor differenz von von chemnitz ist halt echt eine frechheit schält sie mittlerweile auch der basuli verein schlechthin ne ehrlich kevin krölek vom 14 so will der papa das sehen ab geht die banane gegen lukkenwalde kein zentimeter wird hier abgegeben genauso so noch ein maß kommt turs tu es doch einfach eine note 5 ich weiß ja nicht also finde ich jetzt nicht so gut aber der muss mal ein bisschen frische wieder tanken kommt der pavlovich 20 21 entschuldigung kommt macht macht kaum macht tizian kommen irgendwie irgendwie eine gute idee haben eine idee die uns jetzt zum sieg führt pavlovich let's go na ja komm weif ab die scheiße du trottel mach doch elf meter tor boah immer das verkackt da wären wir schon wieder weg gewesen ne hei 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 boah unherd hat zwei aus 46 also jeder ausrutscher könnte der genickbruch sein unser mittelfeld ist so stark kriegen alle einen stern hier die zweite war gerade noch erster pavlos standards weiß ich gar nicht glaub nicht wer wird der übel ja okay aber du bist auch schon in keine ahnung was für eine saison ne ich glaube am ende nicht mal ab wir mit dem verlängern können hier geht es glaube ich noch gar nicht weiter hier ist noch toto müssen immer noch 40 punkte sein ne 50 immer noch erster vom wegen der spielt chat der zockt wer hat gesagt er spielt nicht der spielt im bischofswerder so heute wenn wir tabellenführer das weiß ich tatsächlich nicht truppe ist auf jeden fall da klar hier und da kannst du immer noch was besser machen manfred jen daui krölek mit vorlage jen daui gute partie tor vorlage der kasten fünf gut wir lassen laufen erst mal jen daui deine partie und money money alter jen daui hole deinen applaus ab franz ronner boom pavlo ronner horchi ronner für boi und jepel für krölek jepel macht's doch jepel jepel guter mann wir machen unsere ausaufgaben energie koppos spielt unentschieden und lässt zum ersten mal federn härter auch nur eine härter hat verloren er hat auch unentschieden entschuldigung das wird ein zweikampf hier wobei ich glaube die beiden werden auch noch einmal wieder reinkommen wo ist log log ist weg auf platz nummero sieben die saudi sie wird eingekauft nee okay guck mal das ist doch mal eine statistik sei weit zu alilal echt ist der benze club ne benze neymar club oder alilal tiefste liga weiß ich gar nicht bezirksliga wenn du verein gründet nur neymar wo spielt dings ach iti hat ne benze ist iti hat glaube ich ich glaube richtige vereine richtige vereine glaube ich hier tatsächlich erst ab oberliga alles andere ist glaube ich nicht richtig das ist einfach nur so städtenamen fc wobei fc glattberg gibt es aber aber delay gibt es ja auf jeden fall nicht maybe maybe mit dem nächsten update wird mich nicht wundern wenn mit dem nächsten update delay sports drin ist wird mich tatsächlich wirklich nicht wundern also wenn das geht ich glaube aber nicht dass sie so weit in die untere liegen erstellen bis landesliga also ich kann es mir nicht vorstellen wir sind kreisliga b na guck mal wie viele vereine die da machen müssen in den ganzen regionen und so ja sie hat zehn wochen geil chat geil transfermarkt zu zehn wochen chillig das ist doch eine scheiße gibt es elia hat das hinzugefügt kann man über seinen discord holen marvinio in dem hier in dem manager ja der seger sarja ist ein anderer manager das hätte mich gewundert da kann das sein ja da hat er glaube ich auch eine koop mit gehabt oder so ne damit kann das sein boah die zehn wochen die sind echt scheiße nicht gut nicht gut nicht gut muss der burry wieder hoch wobei komm junger justin probiere dich aus du bist mal fit das ist eine seltenheit hier in unserem klub dann kriegst jetzt die chance kann man er kannst rp rp kannst du natürlich alles selber machen wenn du da bock drauf hast 34 spieler zu erstellen plus verein kannst du alles machen hier alles im editor alles möglich brester nach galatasaray und mukiele nach leverhusen wie lange hat der denn noch vertrag hier der hat noch ein bisschen guck mal markberg ist aber auch schon ein bisschen da bei ihm 50.000 claudia du bist einzige stern für mich im leben der mir lieben tut und jacqueline auch geld ist direkt weg wenn die ja ist dann noch schlimmer dann wenn die kohle direkt weg ist ende der saison juckt mich da nicht mehr guck mal hier ananas ananas mit doppelpack körperlich stärker werden mach die tore da junge seht zu von selbstvertrauen neun und ihr was wollt ihr mir erzählen chat schon doppelte dings hat er fünf spiele vier tore war wieder ein königstransfer von kurt krölek für die leute die verpasst haben kommt morgen die hinrunde dienstag die rückrunde mittwoch stream wieder komplette saison kann ich euch jetzt schon sagen freitag und samstag hinrunde freitag samstag rückrunde sonntag wieder ganz saison ist der plan wenn der pc sagt mach fertig wenn der pc sagt nein dann haben wir problem warum das weil ich kohle brauche die einnahmen laufen gerade nicht also muss ich mal lochen ist eine ganz klare sache nein einfach weil ich glaube dass das projekt hier ein mehr zeit frisst und ich glaube gerade zum start kommen wir mit ganzen saison ein bisschen besser über die runden das macht ein bisschen mehr sinn kann aber auch sein dass sich ein video immer an mir kann abgibt dass der das schneidet das hat hinkriegt aber wir schauen mal so ihr werdet jeden zentimeter des platzes umgraben babelsberg platz 11 enttäuschende saison ich möchte keinen druck machen und wieso hat ik bravo nur eine 63 habe ich hier irgendetwas verpasst noch mal eine hütte jetzt hier man kevin krölek auch gar keinen bock boah chat jindaui drauf lassen oder kessler bringen ich bringe schablas glaube ich ich mache das so chat wir bringen schablas mal wieder nein nein bitte nicht unentschieden nein noch schlimmer noch schlimmer schablas 5 5 ich bedanke mich hatte der falle nach unten erfahrungsstufe bei pavlo ja aber das ist manchmal normal der hat halt einfach gerade vor macht deswegen die form ist gerade nicht gut bei ihm wo kann ich das hier sehen wo meint ihr hat das problem dann haben wir dann sind beim arsch ende der hinrunde hatte der hat schon dann wenn wir am arsch training hatte er ich beobachte da noch mal 23 spiele gibt euer bestes da müssen jetzt los pavlovich oh gott wichtig ich lasse erstmal laufen ich bin mir unsicher mit dir ich lasse dich durchspielen schießt sich da selber raus kurt krönig jubelt für den gegner ihr wisst bescheid was bescheuert ist so ehrlich drei buden macht er oder wird knapp chat mit eklige nummer werden bis jetzt nichts passiert vielleicht auch weil wir hängende spitze trainiert haben ich weiß es nicht aber der ist auf jeden fall schlechter geworden hier platten ja jetzt schon wieder ein wie sieht das bei dem aus des bei 60 und selbstvertrauen okay der könnte noch ein entscheidender faktor werden tatsächlich die saison schon was habe ich denn bei dir trainiert überhaupt hängende spitze und tor riecher der mike franz das war aber auch ein top transfer chat oder kann man nicht haten dem bruder der könnte ja selbst iv zocken moment mal oder ich packe den auf iv pavlo hat eine 72 das habe ich überhaupt nicht beachtet weil wir können richtig wobei läuft erstmal so ich lasse das erstmal so läuft bravo wieder hoch gegangen oder doch 63 ist wieder hochgegangen könnte daran liegen dass der wirklich hängende spitze trainiert hat wir haben eine gute form im mittelfeld und vorne einfach mal einer reinfallen der jepel der kann das der kass let's go noten sind gut wir machen nix wir sind das bessere team nein wer ist das denn was hildebrandt verschossen ich kenne den nicht der hat gehalten der faris wieso war das in der gleichen farbe jungen komm bravo tu es jetzt tu es tu es für die fans wobei tizianne tu mir leid ich mach das mal einmal anders ich glaube pavlo hier der macht nur eine bude immer den deckel drauf und dann sind wir da pavlo vorlage ika ist wieder da aber chemnitz mann ey die gewinnen immer aber die haben auch nur 2 0 gewonnen hier die die werden noch packen hier zwei punkte das waren sehr sehr große big points das ist also chemnitz ist krass wir spielen halt noch mal gegen chemnitz aber den gehört halt auch die tor differenz kevin ist frustriert mein gott komm weg von der konsole und die trainieren jungen immer von der flimmerkiste da da mal traurier bei dortmund jetzt gleich kommt kröllec jun im märz irgendwann jetzt müsste sein da müsste ja stehen sie sind papa oder nicht wenn das umsonst war dann flippe aus ehrlich das war eine stabile saison ende märz da müsste er hier stehen aber der drei tage geht raus und spielen ordentlichen ball wir können uns keine fehltritte erlauben mit kein druck machen jen daui mike franz vorlage kevin kröllec 45 der ist ja gnadenlos überfordert der bruder ein hätten wir noch kessler kessler netz direkt weil er der beste ist kessler vorlage abfahrt haben wir den game changer eingewechselt chat nota 1 ich kann das nicht mehr chat die werden doch kein spiel mehr verlieren die tor differenz gehört auch ganz klar denen wir brauchen mal so 9 0 9 0 brauchen wir chat team spirit alles scheint da zu sein wir brauchen irgendeine schwächephase von chemnitz guckt ihr dann an ihr die ganze truppe zimmermann au drin zack must fußballer des monats glückwunsch privater bereich was geht ab hier ist noch nix da chat der braten ist immer noch in der röhre ich wiederhole der braten ist in der röhre gewinn 0 gut unter hakin koste einfach nur vier euro hat dies mit amsterdam wo seid ihr nein 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 was soll ich denn mit einem mädchen chat wäre das jetzt hier i afc dann wäre egal aber es ist es nicht alles umsonst neue frau geht ja nicht dann ist ja wieder der bug dann kannst du ja wieder keine kinder kriegen wir müssen noch mal attackieren wenn es geht noch mal drauf einmal noch drauf wenn es geht aber ich glaube jeder ist wenn die größer ist ne ist ein mädchen ja mann chat ich habe gedacht wir haben den nächsten vorne da wir hier elf kröleks rumrennen haben das wird nicht trennung geht ja nicht dann werden wir nie wieder kinder kriegen haben wir bei der letzten karriere jahr oder problem gehabt das ist ja dann verbuggt genau wie der pavlovic der ist auch verbuggt sehr gut also ich sag dir ganz ehrlich ne das kind was wir da gekriegt haben dann ist nicht von mir wir führen 2 0 ich kann mich nicht drüber freuen ich sag's wie es ist ich kann mich da gerade nicht drüber freuen weil ich nicht weiß war mit kevin kollek ist und mir schwan böses jo jo was ist jetzt los jo klar was ist denn jetzt nur der kessler der ist eine waffe von der bank das ist nicht mehr normal der ist so gut von der bank 6 0 aber den haben wir gebraucht den haben wir gebraucht chat chemnitz unentschieden aber tordifferenz immer noch sechs was haben die spieler beide fallen nur nein pavlo ist verletzt muskelfaser ist vier wochen zwei wochen kevin sechs tage zwei wochen glück im unglück eine million mark wert selbstvertrauen brauchen noch zehn stück dann ist er da auch full ganz klar erster fünf punkte vorsprung ja gut pavlo das geht dann hier anders da müssen wir den move machen der ist sechs ist er bis dahin wieder da wahrscheinlich nicht ne dann holen wir den mal hoch geben wir lau immer die chance reißen bis jetzt irgendwas du hast bisher noch kein ich weiß hast du einen scorer gesammelt das ist ja reserve ne ich glaube scorer du hast hier erst um einen punkt verbessert wir checken ab den hasen zehn spiele 21 war das oder nicht zu wenig da muss mehr kommen jetzt langsam auch mal aber das dauert halt so du hast jetzt 92 und du brauchst 100 prozent aufhängende spitze ich hoffe dass bis ende der saison irgendwie gedribbelt ist und dann sollte der rest eigentlich von alleine gehen wenn du dich nicht verletzt die hat einfach eine 70 aber mike franz ist zu wichtig für das team sobald ich den nicht auf dem feld habe geht gar nichts die sind unten drin mike franz gerade davon gesprochen mike franz gerade davon gesprochen bravo ist auch wieder da bravo ist richtig da jetzt können wir oder dem ganz gemütlich zimmermann bei juni mond schablas nehmen wir runter brauchen wir nicht riskieren kevin krölek 15 kessler rhein und weiter action nika bauer bravo vorlage kevin krölek chat das gegentor ist nicht schlimm vergessen wir kevin krölek geht runter und der gröger macht auch sein erstes spiel für uns sehr gut 6 1 und wir kommen zur differenz in der richtigen phase sind wir da chat und mike franz ist game changer transfer gewesen let's go gewinnen die verkackt babelsberg chat babel babelsberg platz 8 sind die babelsberg guck dir das an ist ein sexy schurm ne kevin junge papa ist ein bisschen stolz ein bisschen ein klein bisschen zimmermann lupt ein ticken nur einen kleinen ticken ja guck mal wir kaufen wieder dortmund aktien da geht seitdem haben die kein spiel mehr gewonnen bayern wird wieder meister da weißt du schon wieder bescheid ehrlich also das ist aktie normalerweise direkt wieder auslösen kevin dann trainiert er das nicht mehr wenn der hängende spitze voll hat nimmt er übernimmt er automatisch das andere aber wir können was anderes dafür reinmachen wenn der da full hat mannschaft der woche kevin krölek junge wichtig auch mal eine schöne auf und ab boah nimm den stern mit kevin nimm bitte den stern mit in der saison das wird super schwierig aber ich werde alles daran setzen ich werde dich jetzt runter nehmen sobald du eine stabile note hast guck mal er ist wieder da chat es war ein bug oder ja wobei der form 16 ne es war ein bug es war kein bug chat es war weil wir hängende spitze trainiert dann bei ihm er ist wieder da das können wir dann weg machen torriecher trainieren kevin spielt hängende spitze bei uns dann macht fernschüsse die form ist gerade echt dabei gute form bravo jetzt nummer eins nee auf gar keinen fall der eine stürmer hat nach der hinrunde 20 buden gehabt hier janik mause lol den haben die auch noch mal haben die denn für eine offensive alter hier der führt an hier aber der hat abgebaut chat rückrunde hat er abgebaut aber das wäre trotzdem guter mann janik mause mitro auch 20 buden alles klar war das du denn jetzt zwei tage man mann mann wünsch nächstes spiel bumm auch wieder da ich liebe eine ansatzweise gescheite zweite mannschaft kann man gut reagieren immer pavlo wäre auch wieder da bleibst aber erstmal draußen na da ist ab und zu mal ja der ab und zu so seine ruhephasen trotz konstanz wert sehr hoch aber schlecht ist auf jeden fall nicht wie kai ist wieder voll da der bauer der hat sie auch gemacht da isa jindaui let's go na das ist natürlich jetzt semi geil kann hier einer hängende spitze noch weil ich war ich kann mir das nicht erlauben dass er eine gelb rote kriegt dann stehen wir nämlich da ich will kevin der bauer eine zwei dann würde ich ihn runter nehmen 3 0 2 punkte vor kem netz 5 0 antwort tor differenz 2 leck mich am arsch und bitte nur zwei spiele oder so hat gerade eine erfahrungsstufe gekriegt nein fünf bitte milder da bitte 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 der tut ein bisschen weh der der deckers hier schade hat wir hierfür keine kaufoption gekriegt haben der echt gut gewesen franz iv werde ich jetzt machen ja echt eine million will ihr haben für den hast du gehört dann könnt ihr euch melden so bestätigt sehr gut top franz iv pavlo zm zimmermann stärker gerade hier mit zimi rein wann hast du denn hierfür problem du hast doch gut trainiert ja jener unangenehm jener eigentlich eine gute truppe aber wenn dann müssen wir jetzt gewinnen must wünsch erfahrungsstufe die zweite die ist gut drauf ist auch gut für die entwicklung der spieler da dass sie so ein bisschen wenigstens stärkepunkte holen 15 muss anfangen chat mit der form müssten wir den bruder starten lassen 1,4 das da kommt geld in die kassen ich glaube nicht dass wir den verlängern können sucht eine neue herausforderung ich glaube nicht dass wir das packen werden und wenn dann will er zu viel haben glaube ich ähm kessler ist mit dabei okay stein mit wir kriegen zumindest mal marktwert rein jetzt hier in die truppe 1,2 million mark wert bravo macht zwei auf ansage i hope paul junge ich wollte gerade noch sagen macht jetzt keine scheiße und die machen scheiße das ist doch nicht mehr normal die wollen mich doch wirklich komplett verarschen ich kann doch nicht ohne rechte seite spielen ja toll 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 ehrlich hinten bleiben einfach nur hinten bleiben ach man 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 das ist eine scheiße alter beide außenverteidiger also ja jetzt kommt auch noch hertha doch fällt auch noch aus für rest der saison sehr gut einmal aufs fressbrett zum mitnehmen wir spielen auch gegen chemnitz jungs ne nicht vergessen ey was ist das für ein schlussprogramm hertha 2 log leipzig derby und chemnitz am vorletzten spieltag chemnitz hat jener oh mann oh mann oh mann wir haben jindau hier auf der bank aber auch wünscht nicht hertha 2 ist einfach zu stark guck dir die noten an hier was sind das für noten können wir einmal komplett durch wechseln hier so eine scheiße am ende fehlen einfach die nerven ne ich das spielte pekarik hüter hildirim und was da rum rennt kangar rennt da rum die haben verloren die haben verloren mach das doch nicht mit mir rein theoretisch ist nichts passiert so jetzt haben wir wieder unsere leute dugu fehlt immer noch aber wir haben jetzt noch ein bisschen muss der mentaltrainer jetzt ziehen infrastruktur wir haben 200.000 irgendwas müssen wir noch ausbauen jetzt für 200.000 schulungszentrum was bringt uns das heimvorteil auswärtssprachprobleme nein bürogebäude ist schon zu teuer womit mache ich spielerverhandlungen besser chat ist das vereinszentrum 2 prozent aber das ist zu teuer oder fitness parcours hä das kostet 200.000 ich habe baukosten 200.000 was ist das denn für ein blödsinn 300 infrastruktur was können wir für 300 bürogebäude mitarbeiter halt ne schulungszentrum trainingszentrums trainingsplätze müssen wir trainingszentrum für ausbauen das können wir schon mal nicht machen verletzungen kürzer weniger verletzungen dann nehmen wir wellness oder chat zwei prozent trainingsplätze dafür müssen wir dings und wellness kriegen wir jetzt noch eben ausgebaut machen wir wellness für 100 können wir hier nix großartig machen können wir hier einen flaggenmast holen der bringt uns aber nix schulungszentrum ja ich problem ist immer wir haben immer noch zu viele verletzungen die gehen zu lange wenn jemand verletzt ist das gefühl zu lange ja buri vom muskelfaserriss kommt der master in der ersten jetzt hat er sich verdient hat super leistung in der zweiten gezeigt komm kevin ey für papa komm für papa für papa und für die fans kässe auch zu gut drauf gerade mach mach uns gehen grad ein bisschen die nerven flirten hier was ist das denn hier was sind denn für noten franz na eins iv steht offensive meh das kann doch nicht wahr sein das kann doch nicht wahr sein man ey die defense hat so gute noten das ist eine scheiße und jetzt wahret das glaube ich aber wirklich was ist denn los was ist gerade los chat kurz trainingslager vorm derby krisensitzung kann ich nicht machen weil saison ziel obere tabellenhälfte da sind wir weit drüber da würden die die links nicht verstehen wir haben am ende einfach irgendwie die nerven nicht ich kann damit jetzt riesig auf die fresse fliegen aber ich muss das jetzt machen das geht hier so nicht mehr bayern meister ja gut da sagen die dreimal unentschieden aber das ist oder zweimal unentschieden das kannst du eh nichts drauf geben ich kann euch keine siegpräge geben da habe ich leider nichts das wichtigste spiel ist gegen chemnitz ich entscheide mich nochmal um kingberg let's go weitermachen nein 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 chill 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 bruder gut gut gehört auf dem trainer chat wir leben noch noch sind wir im building drin 3 0 aber ich glaube das wird nichts mehr chat chemnitz müsste beide spiele verlieren wir müssen beide gewinnen und die müssen beide verlieren ich glaube nicht dran ich glaube nicht dran wir ziehen die kaufe option ui guck mal plus 5 ich weiß nicht kann sein kann nicht sein der tat so weh da hinten ein spiel noch da fehlt der auch gegen chemnitz ich könnte kotzen von der form her sieht das gut aus wichtigstes spiel des jahres können bei bravo noch mal reden kurz hör auf die fans weil ich kann die nicht spielen lassen wir sind 53 dann ist zu früh ist immer noch bei 93 und weiter was bei 91 ne wer bist du denn du bist du bist du trainer bei schalke gert engels jungen man are you ready for the show welches spiel ist drin siegprämie können wir uns nicht erlauben siegprämie können wir uns nicht erlauben ja ne die haben aber auch einen sturm oi 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 noch ist nichts passiert maaaann nup 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 ein weiteres jahr liga 3 ach jetzt sind wir schon dritter ja super scheiß hertha bsc alter meine fresse kann doch nicht pal dalai trainer sein dann werden wir so durchmarschiert so ne kacke alter liga 4 sogar liga 3 wären wir ja jetzt erst gekommen maaaann ey in den wichtigen spielen haben wir einfach reingeschissen die endphase war nicht gut von uns zu viel nerven gelassen das ding ist aber wir haben ein stabiles sehr sehr stabiles grundgerüst was ich euch aber jetzt schon sagen kann ist das wird das letzte spiel von pavlovic werden es wird das letzte spiel von pavlovic verlängern werden wir den nicht können nicht in liga 4 mit dem aufstieg wäre was möglich gewesen aber das war es es ist eine sehr sehr schöne finanzspritze die wir kriegen werden aber das tut trotzdem weh ne kevin rein ey boi boi bist wieder da chillig bruder chillig ja komm zimmerbad rein kessler starten lassen talent irgend das könnte vielleicht sein ja da könnten wir vielleicht ein bisschen glück haben immerhin ein halbwegs versöhnlicher abschluss ja guck mal gilde nimmt nochmal eine 1 mit zimmermann nehmen wir die 1.5 mit horstik nehmen wir die 1.5 mit schablers nehmen wir auch die note mit kevin krönig macht auch noch einen aber leider eine absolut beschissene note ich kann da nie mal einen runter nehmen eins der wir malen können ist kessler nochmal 2.5 ist in ordnung 3.0 zum abschluss haben wir uns wenigstens den zweiten geholt wir haben uns wenigstens den tabellenplatz numero 2 geholt also das war auch das mindeste in der saison chemnitz einfach zu stark gewesen chat muss man anerkennen chemnitz einfach zu stark also die haben einen bombensturm gehabt guck dir das an hier und selbst unser sturm war ja nicht schlecht bravo in der ersten saison 22 buden aber die haben halt zwei stück davon ne plus er macht hier 30 tore alles klar kevin krölek leider nicht zweistellig getroffen boah hier hier muss aufwertung alter ich will aufwertung sehen ach niederlagen sind für platz 1 zu 4 gebe ich dir recht ja gebe ich dir recht wir haben in der endphase einfach zu viel nerven gezeigt wir waren ja auch glaube ich nur einmal auf 1 ne ganz kurz oder chat sonst war immer chemnitz oben ey aber mike franz war ein super transfer chat mike franz war eine säule im team könnt ihr mir erzählen was ihr wollt utzman den können wir eine vertragsverhandlung geben zweite mannschaft viel mehr brauche ich hier gar nicht hochziehen wobei den ztm ne oder probieren ja probieren aber der rest nicht der rest lohnt nicht das ist ja alles jugend boah der hat 150.000 marktwert ey holen und direkt verticken Thilo ey guck mal der Kevin junge bester spieler Thilo der wird der wird dreieinhalb sterne kriegen der muss dreieinhalb sterne kriegen bester junger spieler Kevin sehr gut bester torschütze Ilka Liebling der fans Pablo boah da werde ich die fans enttäuschen müssen mit ihrer 63 trikots hier ne den werden wir nicht halten können von dem können wir uns safe verabschieden so auf und ab wertung minus plus plus 2 nein nein plus 2 gut plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 oh man die IV chat die IV macht probleme gut die ganze verteidigung macht gefühlt probleme ja und der haut ab toll lol Mike Franz plus 2 mit 36 37 für sein alter exzellente leistung mit 37 kriegt er ne plus 2 der wirds richten chat talent erhöht bitte 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 Kevin Krölek let's go Bruder wie viele dreieinhalb dreieinhalb chat Kevin Krölek geht auf 3 hoch Paul geht auf dreieinhalb hoch Pavlovich 4 volle wichtig Kröger geht hoch auf 3 Zimmermann auf dreieinhalb Tuglo auf dreieinhalb oh das hat mich ein bisschen zurückgeholt chat ne und der akzeptiert auch hier das hat mich ein bisschen zurückgeholt jetzt die auf und abwertung ey den haben wir noch ein Jahr den rechtsverteidiger ich hab den 2 Jahre geliehen oh chat nächste Saison steigen wir auf nächste Saison ist die Saison und hier beten dass der Marktwert jetzt nach oben geht durch 4 volle Sterne weil den können wir jetzt erst recht nicht mehr verlängern der wird nächste Saison das Schiff verlassen leider leider aber hoffentlich mit einer Menge Menge Geld oh gut 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 jawoll hier der hat akzeptiert wichtig wo ist der nächste Saison muss muss Aufstieg und der hat akzeptiert der hat viel Marktwert gehabt der Bruder 240 ich werd dich so verkaufen alter herzlich willkommen ich hoffe du wirst schnell verkauft du wirst sowas von verkauft kann ich den jetzt schon verkaufen du wirst so du wirst die Cash Cow werden der geht sofort weg verletzt verletzungsanfällig was soll ich damit im 388 nochmal chat 388 was macht jetzt Sinn Bauhof wird alles beschleunigen Fitness Parcours plus 2 Fitness Bonus Fitness wäre gut was kostet das Trainingszentrum 450 schon wieder zu viel ich mach die Fitness Dings chat das wir einen kleinen Fitness Boost kriegen und dann haben wir gleich noch können wir ein Schulungszentrum noch mitnehmen 150 haben wir noch über morgen fertig Union Berlin bleibt drin und Osnabrück geht hoch glaube ich oder bleibt drin geht hoch bleibt drin so jetzt können wir noch Schulungszentrum hinterherjagen guck mal chat ein bisschen was konnten wir ausbauen die Saison nicht viel mühsam herziehen ein Eichhörnchen aber es funktioniert Straßenbahn mal bauen ja klar Erling Haaland beste Stürmer in Europa Aktien verkaufen chat privater Bereich was ist hier mit dem nächsten Kind ich hab Druck Familienausflug ich werd nicht mehr aber mal Aktien 16% gewinn chat 139 verkaufen 11% gewinn guck mal nein 400 6 3 verkaufen und mit Borussia Dortmund haben wir uns mit 10% Verlust aber Wert ist hoch ja verkaufen trotzdem Ende des Jahres verkaufen wir alles 200.000 und die schöpeln wir jetzt in unseren Verein rein Rumänien in Stürmer Jahrhunderttalent Chat let's go Jahrhunderttalent mach fertig 5 Sterne aber immer Rumänien Jahrhunderttalent können big werden hör mal Justin also deine Verletzung ich weiß nicht was das soll 3 Wochen da ist er mal dran am Team direkt wieder verletzt rechts außen Kami glaube ich stand da West Ham ist mit drin wir gehen rein was ist das denn ah Real Madrid Angebot für Kessler gar kein Fall er hat gute Saison gespielt er hat für Great Saison geplayt Schulnoten Hannes Pilz beendet seine Karriere als Fußballer wieso das denn Junge scheiß mal auf Schule ey du musst Tore machen Schule willst du bitte Schule Deutschland gegen Kroatien Holland England Portugal Italien Belgien Espanol Jugendspieler kommt zu ihnen Jahrhundertalent Jed wahrscheinlich 30 Stärke 30 Stärke Nelche 11 Jahre drive Kostet ja gar nix aber hier das wäre schon game changer Oder ist hier ein Torwart zufällig nur drauf oder so? Äh, schade. Alkmaar vielleicht. Ui, Alkmaar kriegen wir ein für den Zweiten. Wenn er denn will, ne? Alkmaar. Echt schwierig, ey. Ja, B-Jung gucken wir gleich auch mal. Ui, der könnte vielleicht was. Der macht nicht den normalen Weg. Kommt der auch mal hier zum richtigen Leipzig-Verein, ne? Manchester City. Dominik Daniel. Ey, ihr müsst halt aufpassen, ne? Boah, 100.000 ist schon eine Ansage. Zu viel können wir hier nicht machen. Ein Torwart würde ich noch gerne mitnehmen. Hier, ein Torwart hätte ich noch gerne. Und da gibt es Original 1. B-Jugend gibt es aber welche. Boah, 2.000.000? Marco Longo. Schade. Die sind zu teuer wahrscheinlich. Oh, hier gibt es ein paar Keeper-Chat. Vom Bayern. Philipp Perlinger. Chris Long. Will nicht. Die wollen ja alle nicht hier. Ja, also hier brauchen wir, glaube ich, gar nicht gucken. Oh, Moment. Simon kriegen. Luis. Ey, Chat, mehr können wir nicht machen. Auf einmal kriegen wir alle. Wir sind pleite, ne? Wir sind pleite. Hol mein Vater als Co-Trainer. Wenn es den gibt. Aber ich glaube, der müsste Main-Trainer sein. Ich weiß nicht, ob man den als Co-Trainer einstellen kann. Thomas Rahner. Philadelphia Union. Hoffenheim. Alexander Mayer. Ey, wie irgendein aus Deutschland hier? FC Schalke. Nils Camberini. Ja, Chat, mehr geht nicht. Das passt so. Wenn wir alle kriegen, sind wir eher am Arsch. Einer hat akzeptiert. Wer immer das... Ne, das war der Dings, ne? Unser Jahrhundert-Talent. Der braucht nicht mal einen Dolmetscher. Interessiert den überhaupt nicht. Boah, der ist aber echt kacke, Alter. Der hier nix über 50. Flügelspieler-Flanken 44. Kannst du mir auch hinstellen. Junge. So willst du Jahrhundert-Talent ja von der Sterne her halt, ne? Dominik Daniel? Wer ist denn Dominik Daniel? Bleiben alle bei ihrem Verein. Aber Dominik Daniel. Dominik Daniel ist da, Chat. Von Manchester City haben wir eingeholt. Da haben wir ja einen gekriegt, hör mal. Stabil. Aber der könnte gut sein. Rechtsverteidiger nicht verkehrt. Ich meine, wir haben den Dings noch. Den Sam haben wir, glaube ich, noch eine Saison jetzt. Aber der gehört halt nicht uns. Und wenn wir dann in der Hinterhand jemanden haben, wäre das gut. Schade. Die bleiben alle bei ihrem Verein. Lizenz haben wir auch bekommen. Deutschland gewinnt. Perfekt. Europameister Deutschland. Glaubst du wohl selber nicht? Chemnitz-Quali werden wir gleich sehen. Donnarumma. Meistenspiele Fenerbahce. Oh je, jetzt wieder Chat. Jetzt, jetzt wieder, wieder vorbei hier. Welcher Verein spielt hier? Also Chat, das ist München. Aber ich weiß nicht, welche Vereine hier aus München kommen. Das ist doch das München-Dings hier, oder nicht? Ist das nicht das Münchner Teil hier? Ist das Bremen? Ich dachte, das ist das Münchner Teil hier. Ist das der Bremer Dom? Landsberg? Chat, wir lassen es einfach, okay? Wir lassen es einfach sein. Ich wusste ja selber nicht, was das für ein Bild ist. Den Bremer Dom habe ich sehr spät erkannt. Aber dass der Chat dann durch so falsche Calls macht, obwohl die in der Stadt wohnen, dann ist halt die Oberhärte. Oh, Pender nach Stuttgart. Wichtig. Wichtig, Chat. So, jetzt bin ich auf Prestige gespannt. 4-2 haben wir jetzt. Ich will da zumindest eine 5 lesen. 5-2. Da werden wir ein paar andere Leute noch kriegen. Plus 3? Plus 3 haben wir noch nicht gekriegt, Alter. Obere Tabellenhälfte. Alles erreicht. Kein Ziel. Okay. Sonstiges verpasst. Aber da geht halt alles immer von flöten. Kurz, Trainingslager, alles. Der beste Mike Franz. Ich hätte ihn sofort geholt. Ne, Geisula. Hier habe ich der Joker. Tops und Flops. Der beste Sturm. Immerhin, Chat. Da wollten wir hin. Und keine negativen Aspekte. Fair Play. Aber da braucht doch kein Mensch. Aber alles in allem. Klar, hör mal. Wir sind nicht aufgestiegen. Aber die Sterne, die wir dazugekriegt haben bei den Talenten. Es ist trotzdem ein Fortschritt gewesen wieder. Klar, mit dem Aufstieg wäre es geiler gewesen. Aber zeigt einmal mehr, dass das eine andere Dings ist. Dass das eine andere Karriere hier ist. Aber nächste Saison, Chat. Komme, was wolle. Wir müssen aufsteigen nächste Saison. Und wenn Cristiano Ronaldo ablöse frei vom Transfermarkt ist, dann werden wir den holen. Chemnitz aufgestiegen, werden wir jetzt gleich sehen. Wir sind im DFB-Pokal, Chat. Wir sind im DFB-Pokal. Ja, gucke mal. Erste Mal nach zwei Jahren DFB-Pokal. Oha, let's go. Mach ein schönes Los. Nee, nee, komm. Lass sein, lass sein. Ehrlich. Lass, lass sein. Lass sein einfach. Was ist das denn? Das gibt... Zwei Jahre sind wir gar nicht im DFB-Pokal drin. Dann sind wir drin. Und wir kriegen direkt unsere Ex-Station. Schrägstrich. Mein Verein. Nein, super. Das ist also... Einfach gegen den Ex-Klub. Wer die Karriere da vorgesehen hat, für den ist das jetzt ein geiles Easter Egg. Wer die Karriere nicht gesehen hat, die wir hier da vorgespielt haben, ist peinlich genug. Für die Story ist das natürlich eine 10 von 10. Da brauchen wir nicht drüber reden. Also Ziel ist auf jeden Fall klar, ne? Ziel ist klar. DFB-Pokal holen, damit wir nächstes Jahr international spielen. Als Viertligist. Stell dir mal vor. Viertligist international. Äh, war ja, Junge. Wie, wie weg? Komm mal wieder, Junge. Ja, Aufstieg. Es muss Ziel sein, Chat. Aufstieg muss Ziel sein. Ich werde hier nichts verändern. Genauso gehen wir rein. Ja, das Geld, ich sag mal, das Geld ist Geld am Ende, ne? Hauptsponsor übernimmt die Hälfte? So. Alte Bekannte, ihr kennt euch, ist klar. So, was machen wir denn hier? Website, akzeptieren, Website, akzeptieren, akzeptieren, Website, akzeptieren, Website. Gut. Kleiner Kader, Chat. Ganz kleiner Kader. Hier geht was. Ich guck nicht, ob wir verlängern können, Chat. Ich guck nicht. Genau, der RV von City, ne? Ey, aber aus dem können wir was machen, Chat. Guck mal, der hat schon Flanken 80, ist schnell. Stabile Werte im Defensivbereich, da ist er in Ordnung. Kein schlechter. Professionell harte Freistöße, Gelassenheit. Können mit arbeiten. Sieht erstmal gut aus. Bild werde ich reinmachen, Chat, klar. Jetzt, die Frage der Fragen. Wir hatten 4, 2, 5, 3. Wieder beides plus 1, kann ich mit arbeiten. Beides plus 1 ist vollkommen in Ordnung. Marktwerte 2 Millionen, 280, 260, 170, 2,5. Der gehört uns aber nicht. 400.000, 600.000, 250, 600.000. Ey, boah, Jungs. Bau läuft aus, Wünsch läuft aus, Pavlovich läuft aus. Und Yusufu läuft auch aus. Gut, gut. Ne, gut, ehrlich, gut. Wird geil werden, glaube ich. Zimmermann läuft auch aus. Wobei, der habe ich Option. Den Zahn ziehe ich euch. Hier habe ich Option. Habe ich Option, Chat. Wisst ihr Bescheid? Keine Panik. Hier habe ich auch eine Option. Habe ich auch eine Option. Kann ich die schon nehmen? Hier nehmen wir die Option schon mal. Aber Pablo habe ich keine Option. Oh! Pablo Redens, lieber, wird glaube ich nichts bringen. Hat bei unserem Rechtsverteidiger schon nichts gebracht. Und bei Tikvic auch nicht. Die wollten eine neue Herausforderung. Und das hatte der hier gerade auch schon stehen. Chemnitz ist nicht drin. Zwickau ist drin, Chat. Chemnitz ist hochgegangen. Zwickau ist jetzt drin bei uns. Zwickau ist drin. Meuselwitz. Tasmania Berlin ist aufgestiegen. Ja, Tasmania und Meuselwitz ist aufgestiegen. Und Zwickau ist runtergegangen. Versuche sind wert, wird der Gold? Ja, klar. Absolut. Aber das werden wir am Mittwoch sehen. Aber du wirst auf jeden Fall bessere Mitspieler kriegen, dass du zeitnah die 6% hier kriegst. Weil hier werden einige runterkommen. Das wird eine stabile Truppe werden. Da müssten alle einigermaßen gleich mit anziehen. Aber Ladies, das werden wir am Mittwoch sehen. Ich habe Bock. Aber ich muss mich jetzt unbedingt heransetzen, weil ich die Hinnenserie jetzt noch schneiden muss. Das wird auf jeden Fall geil werden. Habe ich Bock drauf. Aber is what it is. Aber ich habe Bock. Ich glaube, das könnte eine cremige Geschichte werden. War eine erfolgreiche Saison. Jetzt müssen wir den Mund abputzen. Und in Saison Nummer 3 muss der Aufstieg her. Ich sage es, wie es ist. Da gibt es kein Wenn und Aber. Wir werden Attacke machen.